Wenn man es nur aus einem Tag begrenzt, dann bin ich hier im Atelier, den ganzen Tag, am Lesen, am Skizzieren, am Aufschreiben, Bilder anschauen, besparen und erst gegen den Abend kristallisiert sich dann vielleicht eine Stunde heraus, wo ich dann an die Linke gehen kann, wo einfach das Ganze stimmt. Und ich glaube, so kann man es über das Ganze sehen. Es braucht viel Zeit, bis dann ein Bild entsteht. Das Bild ist dann wie die Frucht eigentlich am Schluss, von einem ganzen Prozedere. Die Inspirationsquelle ist schon der Gang der Zeit. Es sind Landschaften, es sind alte Mauern, es ist der Süden. Die Themen sind eigentlich geblieben, wie noch vor 30 Jahren, aber ich will es anders umsetzen.